so meine damen und herren willkommen wieder zurück zu 95 von natürlich wer hat es gedacht männer zu wort so wir haben hier einen kleinen müllraum kleinen zulieferungsraum und wir werden jetzt erst mal gucken wie wir was hier was machen so brief der geschäftsleitung lesen sagen die damen und herren hat sich ein glück und zum abschluss der einführung sie sind eine qualifizierte der gefängnis architekt ich habe keine einführung bekommen schon bald werden sie ihren ingtes benötigen direkt da sollte ich ein büro bauen einzelne gefängnisse teuer deswegen sollte ich am anfang eine große fahrzeile nehmen mit vielen hälftlingen eine kantine und im hintergrund hat man meine mäuse so wir werden zuerst mal fondament betoniert darf ich meine maus spinnt das war ja schon der letzte part mitbekommen kann ich aus irgendeinem grund hier nicht durchziehen wenn ich richtig wisse was hier los ist so wir brauchen jetzt diesen eingangsbereich ich weiß echt nicht hier das kotzt ihn an das kotzt ihn richtig an hier ich muss hier einzeln klicken oder was ich habe alles aktualisiert bevor mir irgendeiner kommt hier aktualiert doch mal den drei oder sowas ist schon alles gemacht wir brauchen diesen eingangsbereich brauchen ja gefängnistür nee nee wie kann man die dinge drehen so einzelhaft tür so große gefängnistür dann sollten wir uns also alter folgen dann sagt er mir so ja es ist blockiert das kotzt ihn richtig an so warum alles so ein bisschen schön hier gut das muss erstmal laufen hier ich brauche ein paar leute die für mich arbeiten hier personal arbeiter 1 2 3 ja ihr seht ich habe ich jetzt auch immer 15 schon übersteigt das tagesbudget okay betonband ach so grüßgeboren okay auch wenn ich die eigentlich hingesetzt da ich hinterfrag das schon gar nichts umfassungsmauer so 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 eigentlich schon mit nummer eins fertig und muss die mauern zwischen durch für den kunden kommen wir auch hier für das büro müssen wir auch noch bauen das ist ja nervig leute und dann die ganze dieses geklitte hier so ja dann brauchen wir eigentlich noch viel strom und so gerade hat es wieder funktioniert ihr habt es gesehen strom und wasser brauchen wir noch so und dann noch hier unten zu wenig kapital jetzt kann ich ja gar nichts mehr bauen äh ja so ja geht das ähm 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 muss der versorgen draußen ist noch die materialien wo man auch hier die ziel bin soll es irgendein grund hier nicht gehen aber hier Tunnel verfügen äh passt hier noch noch Tunnel oder was cool aber da eingesperrt äh ich glaube ich schon genug so die folgen nachts aufnehmen und man merkt hier passiert nur scheiße ich weiß nicht was ich hier machen soll ich würde einfach mal sagen wir lassen das einfach mal schon mal dabei wenn ich das gerade trotzdem gefallen hat wir fahren glaube ich nächstes mal wieder neu an der ist so viel was hier passiert ich weiß gar nicht leute bis zum nächsten mal sagt der mensi und tschau tschau